hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu golf with your friends mit dem big mana und dem ingo viva und es freut uns dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren folge und wir spielen heute die bahn warms auch eine neue ich starte einfach mal sieht auf jeden fall mega geil aus irgendwie von der optik halt so warms ist auch noch ein spiel stimmt das können aber vielleicht mal irgendwann mal machen warum es klassisch ok ja nur holen mit 1 und barbende hast du die map schon mal gespielt ich kenne wie gesagt die neunig big mana kom sehr leider drei wenig ja was so ja leider zu wenig das ist nicht gut ok nächste bahn bitte was hier wo müssen wir denn hin hier da ist die fahne da unten oder ne das ist ein knopf nein nicht da warum ist denn so gesprungen weil dann eine lücke war ja ok es hat mich nicht getötet ja ja komm 2 2 ok ich meine sachen jetzt glaube ich nur ein hindernis ich glaube nicht dass man sagt oder doch man kriegt was ernsthaft ist ja mega fett aber wie lenkt man denn damit ok warte mal ich habe den jetpack habe ich das heißt wenn der kistor ist ich darf die nicht nochmal nehmen krieg und ist da unten was gemacht das ja mehr als das ist ja mega nice Wieso hast du drei Schläge nur gebaut? Du warst doch länger zugange als ich. Keine Ahnung, soll ich mal kurz ein Förder machen? Guck mal, hier sind die Minen. Okay. Bestimmt zu langsam, ne? Ja, fuck. Naja, gut, mach ich nur drei. Oder? 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 Ja, runter. Ja, hast du Glück, Alter. Ich hab, glaube ich, ne vier. Ich hab ne drei. Ich hab auch nur ne drei, oder? Ja. Die ist echt gut gemacht, die Map. Hammer, das ist geil mit diesen... Okay, warte mal. Jetzt... Ja, ich denke mal, einfach mal... Oh, oh. Boah, hab ich ein Glück. Wie hast du das geschafft? Ich hab einfach... Einfach gemacht. Ich kann es echt nicht sagen. Wirklich nicht. Nein! Oh, oh. Es tut mir leid. Alter. Du hast doch nicht zwei Schläge dafür gebraucht. Oh. Du Cheater, echt jetzt. Hey, 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 hey. Oh, nice. Nice, nice. Aber das frage ich mich jetzt. Kann man denn noch weitermachen? Ah, man kann noch weitermachen, okay. Nicht wieder runter, nicht wieder runter. Nimm mich doch stehen. Das ist doch scheiße. Okay. Oh, jetzt habe ich es nicht mehr. Nein. Unten kam auch lang. Okay. Wie lenkt man denn? Wie lenkt man denn? Gar nicht. Hä? Du musst sofort die Richtung mit deinem Ding machen. Boah, ist das mega nice gemacht. Also die Idee, die Idee ist einfach nur Bombe. I am drin in the law. Und fliegen jetzt. Flieg, flieg, flieg hoch. Dann hättest du rüberfliegen können. Und dann wärst du am Loch da. Siehst du ja, ne? Wird mich so verarschen, ey. Naja. Scheiße. Wie viele Schläge habe ich denn überhaupt? Ach, das kann man nicht sehen. Doch. Ne, jetzt noch nicht. Ne! 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 Doch. Wer hier? Sind Schläge! Was? Was? Okay, wo ist das Feindgebiet? Da hinten. Boah, ist das Wald. Okay, dann versuche ich mal mein Glück. Ne, 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 ne. Oh Mann. Nein, ne, 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 ne. Was passiert eigentlich, Mann? Ach, der wird nur angestorben. Passiert nicht viel. Okay, jetzt muss ich da irgendwie hoch. Tschüss, Baby. Ne! Ne! Du, 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 du. Streak! Mit einem Über-R-R-R-Pa. Also einen, einen, einen drüber habe ich gemacht. Nice, der Dicer! Ey, du willst mich jetzt voll verkacken, oder was? Das gibt's doch nicht, ey. Und, ja, statt. Okay, da wurde ich abgebremst. Ah, das ist Löschle. Nein! Oh, in dem Moment bin ich los, wo die Bombe kam von oben. Schon drin? Ich bin selbst schneller im Loch als du. Hammer, ey. Aber trotzdem 6,6. Obwohl wir nur vier, ne, Loch, acht. Und vier hätten wir nur noch haben dürfen. Oh, das ist die Holy Bomb. Ja, ja. Exempliert die? Wo muss man denn hin? Ach, da oben ist das Loch. Wo ist das Loch? Da kommen wir mit Vollkanne nicht hin. Echt nicht? Nein. Das heißt, du musst von Ebene zu Ebene, am besten. Ja, muss man. Oh? Nein. Tschüss, Bayer. Nein! Nein! Du bist so süß. Oh, nein. Scheiße, nein, nicht wieder runter! Nein! Das Ding hat mich komplett wieder... Oh, geil. Bis oben? Nee, nee. Oh, nein, nee. Bitte nicht. Nein. Nicht zu deutlich, nicht zu deutlich. Nicht zu... Oh, scheiße! Ich werde auf Bahn 1 geworfen, gerade. Bis ganz unten? Ich fick doch das. Oh, Mann, fickt doch die Henne, Alter. Alter. Ne, jetzt mal ohne Spaß. Und dann werde ich wieder zurückgeworfen. Was ist das denn? Verschläge habe ich eigentlich noch. Oh, 37 Sekunden nur noch. Geht mir nicht! Ich bin nicht! Nein! Du rollst auf... Oh, Ingmar, wir werden jetzt... Warte. Ja. Tschüss, ne? Oh. Ficken, ey. Noch 22 Sekunden. Sieben Schläge habe ich schon. Oh, ich bin auf der Stufe hier. Das ist natürlich geil. Aber komm! Ja! Ich habe es geschafft. Jetzt. Rein, rein. 13 Sekunden noch. Bin ich mehr drin. Huh! Mit neun Schlägen. Bayern! Nein! Oh, hast du ein Glück. Ja, das ist vorbei. Boah, ich habe mir 13 Sekunden reingemacht. Ey, 14 Schläge. Ne, ich habe neun. Oh, fuck. Alter, die ist aber mega geil, die Map. Aber halt irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo muss man jetzt denn hin? Und darüber? Da rüber? Ah. Ah. Das ist der Plan. Yeah. Kann man hier weitermachen? Ne. Hallo? Oh, ich bin gerade in so einem Loch. Ich gehe mir an meinen... Hä? Wie soll man denn da rüberkommen? Ach, braucht man gar nicht. Okay. Okay. Man kann ja auch da lang. Wusstest du das schon? Ja, ne? Unten rum? Mhm. Ja, ich bin die ganze Zeit unten. Ach so. Halbherr, ja, da bin ich. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt eher im Loch gewesen wäre als du. Ach, wie herrlich. Mit zwei über Paar. Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Spiels. Bitte versuchen Sie nicht... Wo ist denn das Löcklein? Oh, ne? Ach, da. Nee, deine Scheißbombe, ne? Die hat mich jetzt zurückgeworfen. Jetzt mal ohne Spaß, Alter. Oh, du Kacklappen, ey. Du Kacklappen. Hallo, was sind das für Wörterchen hier? Mal ein bisschen Respekt vor deinem älteren Bruder, ey. Nö. Nö. Ich bin Erzieher. Oh, was ist das denn? Schafe. Okay, nochmal jetzt... Gehe ich jetzt den Scheißweg? Fuck. Ich hätte es fast geschafft. Ich auch. Aber... Fast ist leider... Ja, aber ich gehe lieber den normalen Weg. Ganz ehrlich. Nö. Guck. Macht das Schaf jetzt irgendwas, wenn man dagegen fährt? Ja, ne? Ja, dich, dich, dich. Hau... Okay, ich bin jetzt vor dem Rohr. Ah, okay. Eine Kanone hat jetzt buff gemacht. Wo muss ich jetzt lang? Ach, da ist das Loch. Da ist ja das Loch. Nein, Schaf. Mäh. Sven Baumwollschaf. Ich bin drin. Ja, habe ich gesehen. Das brauchst du auch nicht angeben. Weißt du wieso? Das eine Schaf unten hat mich nach oben geschleudert. Oh, das ist natürlich praktisch. Wow. Ja, wenn ich eins kann, einlochen. Okay, jetzt die Frage. Links oder rechts? Left oder lag? Das ist egal. Ich glaube, das ist egal. Oh, zu weit! Ja, okay. Uff, kacke, Alter. Hey, wie soll man das denn schaffen? Okay, das ist schwierig umkurven. Also, wie die das hier haben wollen. Weil man ja sofort weiterspringt. Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso man das denn schaffen, bitteschön. Okay, warte mal. Nicht zu doll. Was heißt? So. Okay, dann hier. Nein! Hä? Fick dich doch ins Knie, du olles Würfel. Nein. Man kann ja auch nicht lenken mit dem Ding. Ich stehe ja noch komplett. So. Bleib stehen. Okay, ich verstehe das gerade nicht. So. Bleib stehen. Stehen! Hä? Wo ist denn das blöde Loch? Bist du schon drin? Ich sag nichts. Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag gerade nichts dafür. Ne. Überhaupt nicht. Echt nicht. Das ist... Okay. Hä? Was ist das für... Scheiße, schwer. Okay. Ich bin jetzt auf der nächsten Plattform. Da, wo du auch bist. Bleib stehen! Stehen! Okay. Da oben ist das Loch. Das war jetzt mega geil, aber irgendwie... Okay. Durchs Löchlein! Huh! Kanone! Biff! 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 Zack, 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 zack! Ich hab's fast geschafft. Oder doch nicht. Geile Kanone. Das muss aber... Ja, das muss aber auch so abgeteilt sein. Und keine Bugs haben, damit man nicht zu weit oder zu doll... Das stimmt. Sowas konnte ich immer schon gut. Ich auch. Wuuuuh! Hä? Oh nein, das ist nein, das ist nein! Das ist nein! Was ist jetzt das letzte? Ne, ach, da kommen ja noch viele. Wir haben noch, wir haben noch richtig. Aha! 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 Okay. Im Dunkeln hab' ich's gemunkelt. Hallo, liebe Kinder. Liebe Sternkinder, seid frei. Ähm. Ich muss Anlauf nehmen. Ja, das bringt aber nichts. Nicht runterfallen, bitte. Nicht! Nicht! Nein, 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 nein! Boah, hab ich ein Glück. Okay, jetzt muss man... ...da drüber, irgendwie. Ah, sind ja mehrere Löcher hier. Ah! Aha! Aha! Mhm! Ich hab' das wichtige Loch genommen. Ich sag' dir aber nicht, welches, Boah. Na, mein Kind, welches Loch nimmst du? A oder B? Entscheide dich für... ... oder für das zweite Loch! Boah entscheidet sich für das zweite Loch. Das ist natürlich falsch. ... ... ... ... In mir kommt wieder das Kind hoch. ... 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 A2 Okay, ich hab's bis zum anderen ende geschafft, aber Irgendwie cool ich grad runter. Ist das richtig? Ist das richtig, dass wir hier sind? Ja, ne? Oder? Da ist das looooch! Runter, runter, runter! Ja! Nice, alter! Wo ist denn das Loch? Auf der anderen Seite! Und das ist in dem Sinne die untere Plattform, wo wir gestartet sind. Muss ich also wieder zurück, oder was? Warte mal! Ja, genau! Da durch! Mit mehr Anschwung! Du musst da hinten hin, siehst du das? Ach da! Oh Gott! Ja! Eigentlich kannst du fast volle Lotze machen. Muss natürlich so Natürlich auch von dem Pfft machen. Also mit dem Raketending. Los, los, los! Und ich arbeite nicht zu viel, dass du genau da zwischen landest! Woah! Nice try! Jetzt musst du einfach noch mal zurück. Also halt, in das Loch. Nice try! Cool! Die war mega geil! Verwirrend! Aber geil! Mhm! Okay! Ganz oben lang bestimmt, bitte! Oh! Zu weit! Alter! Okay! Nochmal! Nein! Fick! Fick! Die Henne, Alter! Leck! Oh! Ich bin wieder... Oh! Wie nice ist das denn gewesen! Oh! Das war... Bist du schon drüben? Fast! Ich schaff das irgendwie nicht! Ich bin nicht so gut! Und ich lieg auch so richtig behindert! Oh! Fick! Wenn man so krumm liegt! Wie kann man eigentlich nochmal von Anfang an stehen? Also Altposition! Was? Na, muss ich glaube ich selber machen! So! Na ja! Sollte ihn haben! Hä? Boah! So was ist nichts für mich, ne? Darum ist es auch Happy Flappy, oder wie das heißt! Oder Flappy Happy! Ist nichts für mich! Was? Das ist ein Spiel! Angry Birds, ja! Flappy Happy, Alter! Wo ist das Loch, Börje? Äh, warte! Wo bist du? Ja, wo bist du denn? Da war ich gar nicht! Ich bin unten! Da war ich gar nicht da! Ich hab noch 37 Sekunden und 8 Dinger hab ich schon! Hallo? Hm... Oh, ja! Ist klar! Ehrlich gesagt war ich da nicht! Aber ich denk mal, du musst da durch! Oh oh! Boah! Glück, Alter! Na ja! Nein! Du musst da einen langen... Oh nein, ich bin... Nein, ich hab durch! Ich bin durch! Ich hab 12 Schläge! Scheiße! Ich hab das da unten übersprungen anscheinend! Äh... Ja, okay! Kann man machen! Okay! 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 Wo ist denn das Löchle? Das Löchle? Wo ist es denn? Wo ist denn das Löchle? Ich bin ja selber noch nicht so weit. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin, bitte. Allein sehe ich die Fahne. Boah, jetzt wäre das natürlich geil. Jetzt war ein so ein Try. Zack, rüber. Zack. Zack, anhalten. Oh, fick dich doch. Da ist das Löschle. Nein! Da ist das Löschle. Loch 18, Böge, mit einem Po. Das Löschle war gut zu mir. Gut, ich habe trotzdem gewonnen, aber nur 8. Das ist schon krass. Ich habe 2 14er, ey. Heftig. Aber geile Map. Ein 14er, die ist super, die Map. Ja, muss ich auch sagen. Die war mir egal. Obwohl ich sagen. Dankeschön. Danke. Danke schön für's Zuschauen bei Golf With Your Friends mit der Big Mana. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.